Hey, hier ist Ronja und Isi und ich. Wir werden heute die größte Klonermehr schaffen, die die Welt jemals gesehen hat, okay? Die größte Klo-Armee. Ich werde alles klonen von mir. Tausend Röger-Klone. Ich werde jetzt auf Klo gehen. Ich glaube, du hast das Wort Klonen falsch verstanden. Wir machen Klone, okay? Wir klonen uns. Oh Gott, ich habe Angst vor Klonen. Was machen die Klone denn? Okay, die kämpfen. Wir sind hier in der Allianz. Und ich soll keine Angst vor denen haben, wenn die kämpfen. Die kämpfen ja für uns. Schau mal, Isi und ich, wir sind hier in der Nord-Allianz. Wir haben noch zwei andere Leute auf dem Server. Die wollen aber nicht gegen uns kämpfen bisher, aber die sind da hinten. Die haben auch Klone. Aber Ronja, was machen wir als erstes? Wir brauchen den ersten Klon. Warte mal. Warte, da war schon einer. Guck mal. Das ist ein Klon von dir. Das ist ein Klon von mir. Der rennt jetzt da los und er geht kämpfen. Oh mein Gott. Oh nein, der arme Klon wird doch verlieren. Oh nein, da kommt der König. Der ist ein bisschen stark. Wasser, mein Klon da drauf. Okay, ich habe jetzt zwei Baracken. Das heißt, ich habe zwei so kleine Häuser, wo Klone geklont werden von mir selber scheinbar. Klone geklont werden. Oh, da sind schon zwei. Stufe 1 Schwertkämpfer. Wir müssen die halt upgraden, okay? Also wir fangen halt mit dem Stufe 1 Schwertkämpfer an. Aber natürlich kann der nichts. So ein Stufe 1 Schwertkämpfer, der ist halt... Hat halt die Erwartung, die er hat. Ein kleiner Loser, ne? Es ist ein kleiner Loser. Ich glaube, die verdienen Geld für mich, wenn die da rausgehen und andere Klone bekämpfen. Invasion! Ich denke, meine zwei Schwertkämpfer... Ja, ich habe es gerade im Hintergrund gesehen. Die sind einfach gerade draufgegangen gegen die Default-Roblox-Charaktere. Oh nein! Oh nein, Ronjo! Nein! Das ist richtig peinlich. Okay, warte, warte. Was ist das? Bogenschützen freischalten. Okay. Und dann kann ich hier auch einen Bogenschützen kaufen. Oh! Die sieht wild aus. Die hat so einen schwarzen Bogen. Okay. Wenn die da mal nicht mit allen Noobs erlegt, dann weiß ich auch nicht. Gibt es schon Easy-Klone? Es gibt schon Easy-Klone. Sie sind auf dem Weg, Ronja. Du bist nicht mehr allein. Ich kümmere mich hier um alles. Oh mein Gott. Oh, da sind sie. Ich sehe. Es waren einfach zwei Easy-Klone. Da. Da hast du sie gesehen. Die sind voll süß, oder? Da sind sie. Sie kämpfen jetzt mit einem Mini-Noob. Oh, da ist einer von dir wieder. Oh yes. Und was sind meine Klone gestorben? Ja, deine Klone sind draufgegangen. Oh Mann, ey. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Oh Gott, ich kann selber kämpfen. Nein! Du kannst selber kämpfen? Ja, man kann Kampf aus und Kampf an, aber ich wurde direkt erledigt. Hat der Mini-Noob dich etwa getötet? Der Mini-Noob hat mich... Stell dir mal vor, wie peinlich. Du wirst einfach von einem Mini-Noob besiegt. Ey, das war schon ein bisschen erbärmlich. Es war nicht mal ein großer Noob. Es war einfach ein Mini-Noob. Okay, ich kämpfe jetzt auch. Ich werde dir zeigen, wie das geht. Okay. Komm her, du Noob. Zeig deinen Klonen, weißt du, wo es lang geht? Ah! Der hat mir den Kopf abgeschlagen. Extra schwer. Oh Gott. Die sind gefährlich. Die sind schon stark. So, ich habe jetzt auch ein Schwert. So, Kleine. Was hat der denn hier für eine Rüstung? Au! So, hier kommen schon mal ein paar Easy-Klone wieder an. What? Warum sind die so stark? Die Mini-Noobs, oder? Die sind voll stark. Die Mini-Noobs sind stark. Die normalen Noobs sind auch stark. Okay, aber ich habe jetzt ein bisschen Geld eingenommen. Das heißt, ich kann mir hier nochmal ein paar neue Klonen. Wie viel Geld hast du denn? Ich habe 750. Aber jetzt nicht mehr. Weil jetzt habe ich einen neuen Schwertkämpfer gekauft. Was hast du? Guck mal. Ich habe meine eigene Maruhe gebaut. Oh, das ist eine Maruhe. Oh, da ist dein Gesicht dran. Was, das mache ich auch. So. 25. Zack. Ah, nee, das ist nur ein Fens. Steinwand. Steinfrontwand für 1000? Mhm. Das ist so ein bisschen, aber das ist eine Investition in die Zukunft. Oh, war gut. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt diese Elixiere freigeschaltet. Ich weiß nicht, was die mir bringen. Ich bin ganz ehrlich. Es hat wahrscheinlich was mit dem Klonprozess zu tun. Aber so direkt sagen, was die machen, kann ich dir jetzt auch nicht. Also sie sammeln irgendwas. Ich kaufe diese ganzen Sammler. Die bringen dir Geld, die Sammler. Ach, die bringen mir Geld? Ja, ja, genau. Da kriegst du dein Geld her. Ich dachte, ich kriege Geld dadurch, dass meine kleinen Klone kämpfen. Ja, normalerweise schon. Aber die verlieren ja immer. Zeig doch sowas nicht. Was ist denn das für eine... Die sind richtig stark. Die würden doch nicht verlieren. Nein, die sind krass. Das sind Kämpferklone, okay? Die machen auch mal was. Älterklone. Du hast im Moment schon vier Baracken hier mit. Ich habe vier Baracken für Schwerstkämpfer. Und sogar Bogenschützen. Einen für Bogenschützen. Hast du Bogenschützen? Ja, ne? Ich habe schon Bogenschützen. Na klar. Und ich habe sogar schon Zauberer. Du hast Zauberer? Oh, meine Klone kämpfen. Wo hast du denn Zauberer her? Ganz hinten sind Zauberer. Die kosten 1.750. Guck mal, ihr habt ihr, du musst dir den anschauen. Oh mein Gott, das ist so witzig aus. Oh nein, nein, nein. Ich sehe ihn. Der stirbt aber gleich. Nein! Aber er hat den gekillt. Oh, wirklich? Warte, da kommt der nächste Zauberer gleich. Meiner hat gerade einen Mini-Noob gekillt. Ich gucke mal bei dir. Hier, die ganze Klonen. Da kannst du den Zauberer sehen. Oh, der hat so einen kleinen Zaubererhut. Guck mal. Der hat einen Bart. Der hat... Easy, das ist nicht dein bester Look. Wenn ich unrasiert bin. Ich wüsste gar nicht, dass du mehr so ein Bartträger bist, aber man lernt jeden Tag was Neues. Ja, ja. So, ich habe jetzt alle Sammler, Ronja. Du hast alle Sammler. Bald wende ich mich gegen dich. Alle, alle Sammler. Okay, weißt du... Warte, was? Wie bald wendest du dich gegen dich? Ich dachte, wir sind zusammen in der Nordallianz. Invasion. Richtig, Ronjas böse Klone dringen in den Server ein. Das sind meine Leute. Okay, die sind cool. Die sind krass. Die machen richtig was. Die sind doch nicht böse. Die sind doch lieb. Ganz genau. Aber nur zu mir und zu meinem Koran. Wütende, wütende Klons. Warte mal, die greifen meine an. Ja, ja. Sollten sie auch. Was? Warum denn das? Weil du dich gegen mich wenden wolltest, vielleicht? Nein, ich muss sie töten. Nein. Das dürfen die nicht tun. Töte nicht meine Klonarmee. Wer hat ihr Tone? Äh, Klone. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Doch, 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 doch. So viele von mir selber. Die sind alle ich. Alle ich. Die haben mich ermordet. Oh, guck mal, die haben so kleine Kronen auf. Hallo, kannst du mal bitte meine Klone nicht töten? Easy, wo sind wir hier? Hallo, die haben mich angegriffen. Nein, die sind friedlich. Die würden nie jemanden angreifen. Die sind gut erzogen. So, ich kaufe mir jetzt meine eigene Steinfrontwand. Wow. Mit deinem Foto dran. Mit deinem Foto dran. Das ist kein gutes Foto von mir. Das ist ein bisschen verzerrt. Bad Hair Day. Wie jedes Mal, wenn du so Schulfotos machen musst. Oh ja. Und dann so, du siehst okay aus, so 99% der Schulzeit. Aber dann wird das Schulfoto gemacht. Du vergisst, dass der Fotograf da ist. Dann sitzt du da, furchtbares Outfit. Haare nicht frisch gewaschen. Ja. Augenringe des Todes. Und dann hast du wieder so ein schönes Bild, wo die sagen, ach ja, das kannst du dann für 25.000 Euro kaufen. So war das bei uns immer. Angst, dass du die Allianz wechselst. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich die Allianz wechsel? Wie kommst du denn darauf? Ich guck mal ab und zu so, weißt du, wie es in der Allianz-Situation aussieht. Aber ich würde ungern. Ich glaub, du bist stärker als ich. Ich glaub, deine Klonarmee ist besser. Oh, das könnte vielleicht sogar stimmen. Ein Schildmann. Was ist denn ein Schildmann? Na gut, hier. Gekauft. Auf jeden Fall. Ein Schildmann. Das ist wahrscheinlich ein Typ mit einem Schild, oder was? Ja. Ich spiel stark von aus. Oh, Riese freischalten? Ein Riesen? Was? Riese kostet 10.000. Ich denke nicht. Oh mein Gott. Oh, okay, dir mit dem Schild. Ja. Wo kannst du denn den Riesen kaufen? Äh, der Riesen ist beim Schildmann. Beim Schildmann hinten? Ja. Oh, Ritterfre... Egal, ich darf nicht freischalten, weil freischalten kostet mich nur Geld. Aber wenn unsere Klone jetzt mal gegeneinander kämpfen. Willst du sagen, du willst in die gegnerische Allianz? Ich darf vielleicht mal kurz versuchen. Ich weiß nicht, müssen wir nicht. Aber wenn du nicht willst, okay. Na gut, weißt du was? Ich glaub, ich hab jetzt ja auch die Schildmänner. Okay. Klone, versammelt euch. Kommt her. Kommt alle in... Mit R, okay. Mit R geht das. Kommt zu mir, ihr Kleinen. So, M ist... Sie kommt zu mir. Boah, du hast aber voll viele Klone. Ich hab nur so wenige. Ja, also ich hab die halt jetzt versammelt. Nein, Leute, alle waren zu mir. Alle waren zu mir. Okay. Komm, Klonarmee. Okay. Auf in den Kampf. Und jetzt Attacke. Auf die Klone von Easy. Let's go. Wie kann ich denn jetzt Attacke machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, die kämpfen. Angriff. Oh. Ich glaub... Hey, meine Schießen... Ach so, warte. Kampf an. Ich hab ein bisschen Angst. Au. Attacke. Was ist das denn? Steuerklon. Zum Klicken, Bewegen, Klon halten, zerstören. Nein, nein, nein. Nichts zerstören. Nee, nee, nee. Das war's. Ich bin mir jetzt mein Pferd. Du hast ein Pferd? Wo ist mein... Wieso? Oh mein Gott, dein Klon hat mich getötet. Nein. Gut gemacht. Was? Weiter so, Klone. Nein, nix weiter so. Oh, mein Zauberer rückt aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, warte ich hier. Level 1 Bogenschütze auf dem Pferd. Hab ich erledigt. Zack, ja, kein Problem für mich. Ich glaube, ich muss deinen Zauberer besiegen. Der wirkt stark. Ja, das muss ich aber auch sagen. Ja, Finger weg. Oh mein Gott, da kommen noch mehr Klone. Oh nein. Der hat ihn gerade hochgehoben. Zauberertötung. Let's go. Oh mein Gott. Bei dir kam einfach so eine ganze Allianz nochmal raus. Wo sind meine Klone? Ich brauche mehr Klone. Guck mal, mein Zauberer sitzt auf einem Pferd. Warte, was? Ich kaufe mir hier noch. Wie süß ist das denn bitte? Ey, wir verdienen richtig viel Geld damit. Hast du das mal gesehen, dass wir hier miteinander kämpfen? Echt? Damit verdienen wir viel Geld? Ja. Cool. Weil er immer sagt, ja, Schwertkämpfertötung, Bogenschützentötung, 60 Münzen, Zauberertötung. Oh, der bringt viel. Nein, ihr habt mein Pferd getötet. Wo hast du das denn her? Ich will auch ein Pferd. Aus dem Stall. Guck mal, hier steht Stables. Aber wo? Nicht mehr lange. Nein, 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 nein. Die nimmst du mir nicht ab. Siehst du mich nicht? Da bist du. Ja, es gibt zu viele von dir. Ich weiß nicht, wer die echte ist. Horsemount kaufen. Ja. Okay, noch einen. Zack. Ich habe jetzt zwei Schwerte. Eigentlich schon, oder? Inversion. Der König der Klone dringt ein. Töte ihn zuerst, um 5000 Münzen zu erhalten. Guck mal, den da oben sollen wir töten. Dann komme ich wieder zu dir in die Allianz. Okay, ja, ja, ja. Sehr gut. Okay. Wir können uns vereinen gegen den. Komm, mit meine Klone. Ich habe halt so eine Angst vor dem. Komm, Klone, komm zu mir. Alle ran. Die Klone müssen kämpfen. Mit M kann man das drücken. Oh nein, er hat mich getötet. Nein, ich rechle dich. Keine Ahnung. Ich rechle dich überhaupt nicht. Ich habe große Angst. Wir müssen den König erledigen. Nein, er hat mein Pferd und mich. Oh mein Gott. Ist okay. Oh nein. Die Klone rücken weiter aus. Die sind hier an was dran. Die wollen ja auch gewinnen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Wo? Hier. A Wizard Upgrader. Kauf ich. Zauberer aufwerten kann ich. Hier. Level 1. 2. Ich gehe voll auf Zauberer. 2, 3, 4. Den Schildmann. Na gut. Den meinetwegen auch. Zack. Level 1. Level 2 geht auch nicht. Bogenschützen kann ich mir nicht leisten. Schwert kann ich mir auch nicht leisten. Boah, wir haben so viele Klone schon. Richtig cool. Ey, es ist alles voller Klone, gell? Bin ganz cool. Das sieht normal aus. Ja, ja. Nein, wie langweilig. Wir kämpfen alle unsere Klone. Nein. Sehr cool. Oh, was? Irgendwas? Das haben wir getötet mal wieder. So, zack. Schildmann. Ich würde halt gerne meinen Zauberer auf ein wirklich hohes Level kriegen, weil ich glaube, der wäre dann halt echt stark. Guck mal, da kommen auch die anderen Klone von den anderen Leuten. Können wir gegen die anderen gewinnen? Level 1 Zauberer. Losche. Ja, ist so. Ganz ehrlich, wenn ich mindestens einen Level 4 Zauberer habe, ist halt auch einfach nicht so cool. Komm, wir machen die alle fertig hier. Ey, die sind voll schwach. Wir können die alle besiegen. Hier, was ist das denn? Ja. Wir haben die in der NPC. Ach, die wären schon viel weiter. Oh Gott, der hat Zauberer Level 6, Ronja. Der hat Zauberer Level 6? Ja, ja. Der hat Zauberer Level 6. Okay, er weiß, was er tut. Na gut, aber die können wir trotzdem... Oh mein Gott, der hat mich gerade verbrannt. Der Zauberer Level 1 von dir hat mich mal hochgehoben. Das war's. Aber der hat mich einfach verbrannt. Okay. Okay. Das heißt, die Zauberer Upgrades sind wirklich... Das stimmt schon. Okay, ich mach hier mal weiter. Zauberer aufwerten. 1, 2. Ich bin jetzt... Ich hab jetzt, glaub ich, auch Zauberer Level 6. Ich mach die anderen mal auf 3. Danach hab ich auch kein Geld mehr. Dann bin ich pleite. Bist du grad bei dir auf dem Grundstück? Ja. Ich komm mal bei dir vorbei und guck mir das mal an. Oh. Da hab ich schon sehr viel gebaut. Du hast so ein Tor. Ja. Lass mich rein, bitte. Wir sind doch in einer Allianz. Kommst du nicht rein? Nö. Ach doch, ich kann einfach durchlaufen. Du kannst einfach durchlaufen. Ich hab mich irgendwie... Ich hab da gedacht, das geht nicht. Okay. Ich hab die Base hier nämlich schon sehr, sehr weit aufgewertet. Oh, 3 Bogenschützenhütten. Was ist das denn? Tyrann. Klonproduktion für eine Minute stoppen, um die Spezialgruppe Tyrann zu beschwören. Hast du das mal gemacht? Klingt ja cool. Guck mal. Nö. Ja, man kann da hinten... 25.000? Nö, nö, aber man kann hinten auf Beschwören drücken. Siehst du das? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber hier oben geht's noch weiter. Uh. Okay. Info, da ist ein Ofen. Was ist das denn? Es gibt Kisten. Und die können wir in dem Ofen verbrennen. Erwende das Greifwerkzeug, um eine Kiste zu nehmen und in den Ofen zu legen. Mal, guck mal. Oh, was? Heiß ob. Hä? Okay. Legendäre Kiste. Zehntausend. Stell dir mal vor. Nur normale raus. Ja, warum kommt nicht mal eine goldene Kiste wenigstens? War schon eine goldene. War schon eine? Ja, ja. Es war schon eine goldene. Goldene Kiste. Komm, noch eine. Bitte. Bitte. Zeige dich. Ich beschwöre die hier. Okay, warte. Das ist wie, wenn Leute so einen Regentanz machen. Ich mache einen goldenen Kistentanz. Okay. Also, man muss hier einmal so ein bisschen hüpfen, drehen. Goldene Kiste. Ich beschwöre dich. Komm. Zu uns. Bitte. Ja, und ja. Du hast wirklich keine super schlechte. Ich bin der schlechteste Regentänzer der Welt. Ja. Komm jetzt. Schauen wir nichts machen. Nein. Na gut, aber hä? Was ist das denn für eine Riesenbasis? Wir haben zur gleichen Zeit angefangen. Ja, kann vielleicht sein. Aber vielleicht bin ich einfach ein bisschen schneller. Du hast hier halt einfach noch eine Riesenburg, ne? Ich habe bei mir nur die Schilder gemacht. Oh, du hast deine Zauberer gar nicht aufgewertet. Was? Doch, Level 10 sind die. Level 10? Ja, Level 10. Oh mein Gott. Du bist der bessere Armeebauer. Oh, da ist ein Riese. Level 11 sogar schon. Level 11 Zauberer, ich sehe es. Okay, ich muss mal ganz kurz in meine Basis. Was? Wie bist du denn so weit? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Magie. Wieso ist meine Armee so schwach und deine Armee so stark? Warum? Warum? Leute, kämpft doch. Versucht doch mal euer Bestes. Guck mal, hier ist alles leer. Es ist alles Brachland. Ich kann nichts machen. Aber ich hätte echt gerne einen Riesen, Ronja. Ich hätte auch gerne einen Riesen, aber ich bin pleite. Und ich kann auch keine Kisten verbrennen. Ich weiß nicht mal, wo das war bei dir. Aber wir holen uns jetzt diesen ultimativen Noob, okay? Okay. Komm her. Alles klar. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Kampf an. Schwert. So. Ich hole meine Armee. Attacke. Ich hole meine Armee. Deine Armee. Kommt zu mir. Freunde. Zauberer Level 11. Den hat er einfach besiegt. Was? Oh mein Gott. Der ist halt auch ein Riesengroß. Nein. Nein. Wie kann der denn nur noch Schlag sein? Leute, ihr müsst kämpfen gegen den Nicht-Erledigen. Aus der Ferne. Bogenschützen. Kämpft. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Bogenschützen sind die schlechtesten der Welt. Ja, irgendwie meine auch. Was ist denn hier der Level 4 Schildmann Zauberer? Zauberer. Zauberer. Der hat mich gerade weggeflippt. Ich habe Kampf aus, aber der hat mich trotzdem einfach gekickt. Wir brauchen selber einen Riesen, ja. Du könntest eine zweite Insel kaufen, ne? Was? Ja, wirklich. Wenn du außerhalb rausgehst, hinten bei deiner Burg ist so ein Steg. Und da kannst du eine zweite Insel kaufen. Oh, dahinter, ja. Okay, aber ich bin 100 Münzen weg von meinem eigenen Riesen. Da ist er. Giant kaufen. Riesenhütte. No way. Doch, doch. Mach dich bereit für den riesigsten Ronja-Klon, den du jemals gesehen hast in deinem Leben. Ich will ihn sehen. Doch, doch, doch. Da ist er. Ich sehe es. Oh, ich muss jetzt gegen meine eigenen bösen Klone kämpfen. Aber ich denke, mit dem Riesen... Klar, es ist nur Level 1 Riese, aber die wird es hinkriegen. Ich habe da volles Vertrauen. Let's go. Du kannst es schaffen, Riese. Ich glaube an dich. Was muss ich hier kaufen? Riesen-Upgrader. Oh, hier sind die ganzen bösen Klone von dir, Ronja. Ja, aber diese... Warum kommen noch keine bösen Klone von dir? Bin ich einfach ein böserer Mensch? Ich muss meine Persönlichkeit ein bisschen hinterfragen hier scheinbar. Guck mal, da kommt ein Riese. Warte, ich habe jetzt erst ein paar Abgräts gemacht. Hey, die stapeln sich alle aufeinander. Leute, Leute. Oh, ja, die bauen hier einen Turm. So ein bisschen wie Pyramidenbau in der Schule. Ach, total. Okay, Leute, kämpft, kämpft. Wo ist mein Riese? Ist der schon erledigt worden? Die sind wahrscheinlich. Boah, hey, die sind voll stark. Guck mal, wie die die Armee überrennen. Nice. Krass. Okay, ich bin gar nicht unzufrieden. Ohne Mist. Das ist gar nicht schlecht, so eine Armee auch zu kommandieren. Das war es dann aber auch mit dieser Folge. Wir haben hier eine Armee gebaut. Ich denke, wir haben einen Riesen. Damit haben wir jedes Ziel erreicht, das wir erreichen mussten. Also, ich bin da sehr zufrieden mit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut mir easy vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.